so eine wunderschöne herzlich willkommen zurück zur 113 folge ja wir waren stege blieben bei der brücke und sind an dieser verzweifelt sehr schön gut das heißt wir wollen uns jetzt mal nicht raumdreher dann müssen wir halt einfach manuell hindrehen weil ich dann hat ausgerichtet bekommen aber ich weiß gar nicht in vanilla meinte erst dass du immer so dass der block immer so ausgerichtet ist wie man selber steht also oder in die richtung die man guckt quasi oder das heißt die frage ist ob das jetzt von einer anderen mod überschrieben wurde soll es von dieser komischen klient live oder rom dekormos die rom dekormos überschreibt manche sachen die eigentlich cool waren die hauptekor am ort einfach sagt nö will ich nicht mag ich nicht brauche ich nicht so wie mit schraubendreher und wie nicht nur platz das heißt ein bisschen auslager so ungefähr so da kommt man nach unten und wir kriegen jetzt hier ein schraubendreher der auch schon fast totes macht nichts so schraubendreher einmal rechtsklick ist dreht die achse wir brauchen links klick so perfekt einmal kopieren ja das geht perfekt oh wir haben keine holz mehr schau mal in der kook das wollen immer gebrauchen gut was hier sogar gar nicht mal so schlimm was sogar richtig ja eben pro menschen mal ach so gut dann muss ich sowieso noch machen das sowieso noch alles im eimer so ok jetzt haben wir hier schon mal relativ schöne was auch immer jetzt müssen wir noch die slabs ausrichten ob auch das funktioniert sehr schön heißt das funktioniert schon mal eine richtig schöne brücke der kann dann wieder weg jetzt muss man da hinten noch weil hier nicht wieder runter zu gehen macht hat das ziel ist kein sinn das heißt wir werden er damit arbeiten dass wir hier direkt auf der ebene bleiben das wäre dann quasi ja noch eins ja das heißt das ist auch weg spitzhack haben wir natürlich im haus wieder gelassen ach ich krieg ne krise nein weil dieser Apfel der hier unten wächst der steht irgendwie so immer heraus immer so also das ist sowieso klar aber warum ist das so ist doch scheiße aus so spitzhack so lalalalalalalalalalalalalalalala sooo Dankeschön Ok eh du kommst weg und das kommen hier eigentlich nur noch Glöcke wegen das mach ich auch mal vielleicht einfach so hinsetzen die die orientiert sich nicht mehr an vorhandenen blöcken was ist das für ist er sagt es geht auf jeden fall nicht an vanilla meintest weil bei vanilla meintest ist das glaube so wie man wie man steht das heißt das liegt an der haumdekormod und die ist mir in dieser hinsicht schon öfters negativ aufgefallen von daher so mal bitte rekombinieren hier danke so wie wird den wir rein gehen wir komplett rein oder ein bisschen so doch so weit aus noch mal ein hat dann perfekt 18 19 20 21 22 23 also diese textur ich hatte hat locker verzählt so 23 das heißt sie brauchen 23 durch zwei wären zwölf mal diese dinge und 11 mal diese dinge das heißt wir brauchen zwölf mal fans so wie ist das verhältnis 4 das heißt brauchen das war zwölf eine seite 24 also sechs mal das ding brauchen also sechs mal vier holz also 24 12 dort so stöcker haben wir nicht so viele scheiße dann holt man noch mal ein paar stöcker weil ich will jetzt extra mal stöcker machen macht keinen sinn wir haben ja davon was ich so ich sollte mal verfolgt was machen meine tasche immer durchsuchen so komplexer das heißt du da gibt es gar nicht nur gut manuell so 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 und so und da ist doch ein so und so dann haben wir 24 und dann brauchen wir jetzt noch 22 mal also noch neun dazu die dinge hier und die waren glaube genau andersrum oder die waren die ach okay wird einfach nur so 16 stück davon gute pro wobei so nur einmal das machen dankeschön so 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 perfekt ok können wir das hier auch so machen sieht das gut aus doch doch so klar jetzt die teilen hier die dinge ist jetzt ein bisschen in der luft aber das sind die teils die interessieren kann connect das ding und mit unserem zorn dafür so sehr schön so jetzt rechnen natürlich nicht mehr ganz klar allerdings brauchen hier hinten auch keine mehr hin weil ganz ehrlich was willst du hier kann es nicht unterfallen das heißt das reicht hier noch als einzelner abschluss ah das klingt jetzt natürlich mit dem baum sieht das so geil aus als abschluss dass das hier einfach zu frei hängt das ist so ein bisschen dumm ne hier sieht ein bisschen scheiße aus ich mach mal die erstmal weg hier dann gucke ich erstmal wie das vom gesamtbild her aussieht so macht es hier noch sind noch ein dran zu setzen ne macht keinen Sinn weit so sehr schön easy unsere brücke ist fertig hier heute schon geländer hoch hin ich komme ich schaff das ich springe tot damit ist in unsere brücke und springen ja nicht so damit ist unser von fertig sehr schön ist doch wunderbar so wir können hier mittlerweile wieder abbauen wir können ja hier das mal abbauen das ist ja das mit der überhand so du bitte einmal da rein und da rein und da rein und dann komm jetzt hier bzw. ne ich pack das hier gleich ins lager machen wir noch mal kurz einen abschluss ins lager und genau vielleicht kommt das mal hier rein so machen ist sehr schön so holzgäste da kommt dann guck mal was ich direkt ins lager bringen kann alles da kommst du z.m. rein du 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 hast ihn da dann drin ne ist das dann stein ist ja was anderes ok du und das war's die kiste ist leer ja also da gehen wir mal richtungs lager räumen die ganzen sachen da ins lager rein und dann räumen wir nämlich mal unsere kisten auf das wäre mir ein träumchen das weizen ist bereits wieder fast fertig so halt rein da rein da rein da so ach so halt die er noch haben wir noch was dabei ja wir haben noch ganz ganz viel dabei so вот ein bisschen clean stone sehr schön Und diese versteckten Äpfel hier. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir die Kisten am besten aufräumen. Wie gesagt, vielleicht räume ich die Züger um, dass ich die mal anders anordnen oder hier mal noch ein paar Kisten aufstelle oder irgendwie so, weil das hier ist definitiv zu voll. Ich könnte zum Beispiel diese ganzen Erze hier, diese ganzen wertvollen Sachen in unser Schlafzimmer packen. Weil das macht hier einen großen Teil davon aus, dass wenn ich das alles schon raushabe, ist die Kiste schon gleich viel übersichtlicher. Oh, wir sind voll. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Ich habe vergessen, das Graviel rauszupacken. Egal. So, weiter geht's. Ja. Wobei, das ist, das mache ich mir auch, lass doch mal da drinnen. Dann ist das jetzt hier unsere wunderschöne Mineral- und Materialkiste und Goldkiste. Holy fuck, haben wir schon viel. Sehr schön. Ja, vor allen Dingen Eisen, ne? Eisen haben wir mittlerweile drei Stacks an Rohmaterial und noch, naja, ich weiß, also mindestens ein Stack an, 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 an. Also insgesamt mindestens 400 auf jeden Fall, an Eisen. Das ist schon nicht gerade wenig. So, die ist hier unten aus, die Kiste ist fast leer. Ja, die Kiste, könnte man auch noch wissen was rausnehmen, zum Beispiel das und das. Kürbisse mache ich mal hier mit rein. Und die Dinger, ganz ehrlich, die mache ich mal, oh. Ja, gut, so verbraucht es aber ganz schön viel Platz. Egal. Ich will auch keinen. Wissen können wir angeben, wie viel, wie viel davon schon haben. Da können wir richtig schön mit angeben hier. So, hier ist weißer Farbstoff, das heißt, dieser weiße Farbstoff von hier kommt da auch rein. Perfekt. Warum haben wir für den weißen Farbstoff so viel? Achso, für die Fenster hatten wir damals massig gemacht. So. So. Was wir machen könnten, wäre hier noch ein paar von diesen Seilen. Die Sache ist halt, die brauchen wir mittlerweile gar nicht. Obwohl dann doch, wenn wir in unserer Höhle weiter runter wollen, ne, gerade für solche Sachen wie Sulfat und so ein Zeug, äh, dann wäre es vielleicht doch mal, im ganzes Fall noch ein paar Seile zu bauen. Hab ich hier noch irgendwie Seile in der Tasche? Ach ja, siehst du auch, wo Tasche? Ich hab's auch noch ganz viel Scheiße drin. Upsala. Ja. Ähm, nice. Hier kommt man raus. So. Äh, das kommt auch immer auch alles raus und ich mach mal so eine Nahrungstasche hier. So. Da kommt am besten auch das Zeug rein. Oh, wir haben noch 10 Eier. Lull. So, das ganze Zeug schmilzt mir gleich mal ein. Äh, klar, schmilzen wir ein. So, klar. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Geht das? Ja. Sehr schön. Dann haben wir nämlich ein bisschen was, ne? So, es ist mäßig immer als Vorrat. So. So. Ups. Achso. Wann brauchen wir eigentlich schon lange? Mach rein. Da. Genau. So. Da, 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 da. Dum, dum. Perfekt. Absolutus genialus. Wir können eigentlich, wenn ich sowieso, mal durch die Zeugne glitschen. Was fange ich hier gerade? Komm, du Scheuer, ey. Erst mal alles aufmachen hier. Ah, genau dich. Äh, nee, du bist die Originale. Äh, ich brauch bloß die Rob-Kopie. Die beiden lassen wir hier, weil die Produktion ja, ah ja. Vielleicht sollte ich die Kühe auch da lassen, weil für den Küchen immer Milch. Und Kühe kann man, glaube ich, nicht endlos züchten, oder? Äh, also endlos melken. Das heißt, je mehr Kühe wir haben, desto öfters können wir dann quasi Milch, äh, ja, absammeln. Hä, das haben wir jetzt alle Tiere? Wir hatten noch massig Tiere. Obwohl, nein, stimmt. Von den Schafen hat es aber noch ein paar. Da habe ich aber auch gerade schon eins umgebracht. Äh, es ist vorhin durch den Zaun geglitscht. Ja, okay, genau. Dann haut das jetzt hin. Okay. Haben wir dann mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Ja. Dann schmeißen wir das auch nochmal in den Ofen rein. Und dann haben wir... ... ... ... ... ... Das ist alles halt rein vegetarisch. Naja, ist halt so. So, du, 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 du. Perfekt. So mit dir. Warum? So, die Kiste ist soweit, äh, also nicht unbedingt ausgelastet. Die hier fügt ich auch langsam aber sicher. Gut, dann kann ich eigentlich hier unten die Sachen wieder rausnehmen. Bzw. die Sachen las ich mal drinnen, weil Glas ist ja, ne, Glas kann man so ein bisschen mal extra nehmen. Aber die anderen vier Sachen, die packe ich dann doch mal hier rein. So. Okay, ist hier irgendwas drinnen? Nein, das Ding ist leer. Sehr schön. So, jetzt lassen wir mal überlegen, äh, da hinten die Brücke, die haben wir jetzt fertig. Ähm, das Ding da oben. Was könnten wir daraus noch so, damit noch so machen? Die Sache ist halt, die wir hatten ja, äh, ich hatte überlegt, den mehrstöckig zu machen. Die Frage ist, ob das jetzt protzig aussieht. Ich gehe mal nochmal hier rum und dann gucke ich mal, wie das Ding von der anderen Seite aussieht. So. Würden sich da noch weitere Stecker ein, also wir, wir, wir können ja sowieso maximal zwei Etagen noch reinbekommen. Wobei auch zwei Etagen schon ein bisschen knapp werden dürfte. Äh, also mit der zweiten Etage dürften wir auf jeden Fall schon in diese Sandregeln da reinkommen. Machen wir dann noch eine zweite Etage rein? Die Sache ist ja, das Ding hat ja bis jetzt nicht wirklich Sinn. Das heißt, wenn wir da eine zweite Etage reinmachen und die erste Etage schon relativ useless ist, dann wird die zweite noch uselesser. Ja. Äh, von daher lassen wir das Ding wahrscheinlich erstmal so. Hm, na gut. Ja, das ist natürlich auch eine Scheiße hier mit dem Baum. Gibt's übrigens ne Mod für als letztes gesehen, da hat jemand, äh, so ne Zäune gebaut, also ne Mod erstellt, mit der man Zäune bauen kann, die nicht connecten mit Holz oder ähnliche. Ähm, sondern die wirklich nur mit anderen Zäunen connecten. Wäre vielleicht mal gar keine so schlechte Idee. Oh, das ist ein Ei. Ich hab ein Ei auf dem Kopf. Kann ich auf den Zäunen aufspringen? Nein, ich kann ja gar nicht springen. Diese scheiß Treppe. Ja. Oh. Jetzt bin ich hier aber... Ich bin jetzt auch noch reingeglitscht. Okay. Kann ich hier so? Ja. Äh, ich will das Ei haben. Geht doch. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau die Art, wie die Tiere hier durchglitschen. Das heißt, der Zaun ist doch nicht so glitschfest oder das liegt einfach direkt an der Mindtest-Engine, dass die Mindtest-Engine nicht glitschfest ist. Ich meine, das... Fuck. Passiert mir auch auf das, ne, dass wenn ich hier irgendwo runter springe und dabei in so'n Block springe, dass ich dann in die Block rein springe. Ähm. Ja. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, müsste man hier quasi mehrere Kollisions-Boxen ein definieren, dass man quasi bei der ersten hängen bleibt. Äh, dass man durch, also ne, quasi hier ist der Kollisions-Block staatmäßig so groß wie der Pfosten, dass man dann quasi hier bis da unten eine Kollisions-Box macht, die nächste geht dann eins weiter, die nächste geht dann noch eins weiter, die nächste geht dann noch eins weiter. Das heißt, wenn man quasi die erste Kollisions-Boxen überwindet, dass man dann von der nächsten abkalken wird. Außer Mindtest glitscht dann komplett und man glitscht, wenn man durchkriegt, gleich gleich alle Kollisions-Boxen durch. Das wäre natürlich ein bisschen traurig, aber, äh... Dann würde ich einfach vor Frost Mindtest installieren und, äh, stattdessen, wer weiß nicht... Pfff... Nee, die Eiche mag ich jetzt nicht. Die ganze Zeit hier rumgerinnen, so. Mit den Pilzen... Für was brauchen wir Pilze? Äh... Morshu... Falschgeschrieben? 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 Ich schreib mal Pilze. Ach, mit U. Okay, kann man schon mal gar nichts machen. Hier. Hätte man das auch geklärt? Ähm... Okay, folgendes... Dann können wir jetzt, als ich anfangen mit dem Weg dahinten, der dahinten noch vorhin gehen soll und dann später mal zu unserer kleinen Mine gehen soll, ne? Wir wollen da ja noch eine Mine bauen, sondern einen Mine-Eingang, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich den seiltechnisch gestalte. Äh... Da bin ich mir noch ein bisschen unglück... äh... Unglücklich, klar. Unschlüssig. Ich hatte halt vor, das, ne, so optisch wie eine richtige Mine zu bauen, nur die Frage ist, äh... Doch, mach ich, mach ich. Das heißt, wir werden viel Holz brauchen, weil, ja, ne, Mine werden durch Holz gestützt. Ich denke mal, das ist soweit bekannt. Obwohl ich dafür wirklich arsch viel Holz brauche, denke ich mal, wir nehmen dafür Dschungelholz. Da haben wir hinten diese drei großen Bäume, die wir fällen können. Das mache ich dann aber erst in der nächsten Folge. Dann sammeln wir uns wirklich arsch viel Holz und dann... Fangen wir mal an mit dem Tunnel da. Bis dahin.